So, ihr habt ja nicht viel verpasst, nur dass ich mal eine Unbeschiene rausgehen kann und jetzt mal gewonnen haben. Es war ja ein bisschen doof, wie die 10 Minuten Spiele auf YouTube, was man hat, wenn man ein neuer Konto erstellt. Ja, es ist sonst nicht viel passiert. Ich hab noch ein Key gemacht und das war's eigentlich schon. Die Gegner sind immer noch am rumkämpfen, legt den Weltmeister und versuch mal etwas weiter hier reinzuschieben. Oh, okay. Na ja, war ja viel Spaß, ne? Komm! Oh, was war ein guter Hit. Oh, ein guter Hit. Wir müssen jetzt kurz warten. Nein! Der Kuchen hat... The Cake was the night. Was wirklich. Mhm. Whoops. Ja. hinterher hinterher genau die lorde 6 2 kann man sehen ist viel besser als wenn mal aber jetzt heißt es warten Ja genau, help me, help me. Wir machen ein Draw. Das ist ganz einfach. Wenn die da warten, machen wir einfach ein Draw und gut Kuss. Oh, das war wirklich nice. Oh, das war's. Bis dahin.